So und herzlich willkommen zu einer Runde Skywars. Ich bin hier in einem Team, Diamanten, Gold, Schuhe, aber auch. So, das erste Mal ist jetzt hier ein Teamspiel. Vielen Dank. Oh, wir haben gerade die erste Runde gestürmt. War hier nur ein einziger? Kann doch nicht wahr sein. Vielen Dank. 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 Das brauche ich noch nicht. Ich glaube fünf. Zwei. Zwei. Das, 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 das. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. 8 Einreisen. Zwei. Poilhose. Aber die Kinder. Schuhe herstellen. Schuhe herstellen wir noch mal schnell. Die Kinder. Sie sind die Kinder. So. Jetzt haben wir. Ob ich alles habe. achten kommen aber nicht aber nicht durchkampfen so wegschmeißen Ach, wie viel war das? Naja. Nein, brauch ich den Gold dafür nicht. Ach, Mensch. Ahja. Double aim. T-L. So. Schauen wir mal ob wir schnell reinkommen. In der nächsten Runde. Da. Da. Ne. Ne. Jojo, Jojo. So. Und. Letzte Runde. Wenn ich nichts finde, dann war Schluss für heute. Oh. Zweier Team. Wir haben wieder Team 12. Mal schauen wie mein. Main ist. Ich hoffe der ist besser wie ich. Und der gewinnt auch mal. Nicht so wie ich. Na gut, okay. So. Das war's für heute. Ich hoffe ihr hattet Spaß. Das war das erste mal wo ich in einem Team mit drin war. Das 3er Team. Und. Und. Jojo. Das lief ja eigentlich ganz gut. Einen haben wir platt gemacht. Zwei Gruppen haben wir glaube ich platt gemacht waren das. Und. Und. Okay. Der eine war glaube ich alleine in der Gruppe. Ich weiß es nicht. Und. Ja. Dann kam der eine der hat den einen runter geschubst. Und. Den anderen hat auch platt gemacht. Na. Egal. Passiert. Passiert. Und. Jo. Ich hoffe ihr hattet Spaß. Und. Bis. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.